Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wir sind heute hier wieder in weiter Stadt und wollen Squash spielen. Todd mit Bart? Gar nicht mal so scheiße aus, Todd. Äh, Todd sag ich. Quatsch. Henning. Ich will immer, Todd. Todd sieht schon scheiße aus. Henning, genau, das wollte ich sagen. Henning sieht scheiße aus. Mit den Namen gehen wir voll auf den Sack jetzt gerade. Das ist Todd und das ist Henning. Henning sieht gar nicht so scheiße aus mit Bart, aber der Todd wie immer doof. Ja, egal. Wir wollen Squash spielen. Also ich werde Squash spielen. Die wollen Squash spielen. Ja. Sorry. Ich werde auf jeden Fall einmal gewinnen heute gegen dich. Das ist die Vorgabe. Viel Spaß. Jetzt geht los. Nein. Nein. Boah. Warum muss der immer genau auf diese Kante dotzen? Warum? Ich bin da hinten gespielt. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich bin da hinten gespielt, ja. Ja, der, äh, der Todd, der hat gerade eben schon gegen Henning gespielt, äh, 9 zu 0 gewonnen. Das bringt mich natürlich in Zugzwang, ja, wegen deinem Knie ist klar. Das bringt mich natürlich in Zugzwang, weil ich müsste ja jetzt auch 9 zu 0 gewinnen. Mindestens mal. Mindestens. Wenn nicht besser. Verstehst du? Ja. Ich bin da hinten dran. Vielen Dank. Ja. Tollos ihr da? Ja. Die haben sie? Ja. Okay. Ja. Wenn ihr da Bisschen? Ja. 9-1, 9-1 gewonnen, leider habe ich einen Punkt gelassen, schade, aber gut, ich meine, Todt ist ja schon ein bisschen besser, aber das werden wir jetzt ändern, wir haben schon eins gemacht, das hat er nämlich verloren zu 5, ja gut, das erste Spiel, und ich habe auch 4-0 zurückgelegt, ich habe vergessen die Schuhbälde zu schnüren, ja, ich habe gar empf Was ist das? Ich seh gar nichts, ich seh gar nichts, ich seh gar nichts, Mann, put, ehrlich. So, den ganzen Arsch wieder aufstecken, komplett. Was ist das denn? Ach nee, der Umfang hat er. Das war schon da zweimal. Was ist das? Bei dem einen war er zweimal gut. Beim ersten. Aber hey! Acht, vier! Nein! Ja, war eine knappe Partie. 9-7 am Ende. Aber ich muss schon ganz schön kämpfen. Fuck! Jawoll! Ja, nicht so weit. Das ist schon ein Tor. Sobreche. Sobreche. Danke. Da ist er, Sean! Da ist er, Sean! So eine Scheiße, Tod hat gerade eben 9 zu 1 gewonnen, ist echt für den Arsch sowas. Braucht kein Männchen Scheiße, ich sag nur, leck mich im Arsch, so eine Kacke, ehrlich. Jetzt muss der Henning dafür herhalten und muss leiden, der verliert jetzt jedes Spiel zu Null. Fuck! Was ist los mit mir? Eine Unterhaltigkeit, dass ich halt hier einfach gesetzt habe. 1-2. Was ist so blick? Ich freue mich schon gerade. 1-2. 3-2. 2-3. Wow! Ich bin jetzt mal wieder. Aub, Mann! Ich denk ein bisschen zufrieden! Ich mach das super! Oh, ja, Kweinsaat! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017